Also das Motto des Pflegetages 2017 war, die Pflege hat die Wahl mit Blick auf die Bundestagswahl im September 2017. Und ich fand besonders angenehm, dass die Diskussionen mit der Politik hier auf dem Deutschen Pflegetag nicht nur inhaltsreich waren, sondern sehr debattenstark. Das heißt, die Pflege ist deutlich offensiver geworden, auch der Politik gegenüber und das finde ich gut und richtig so.